Herzlich willkommen auf meinem Kanal MrDPG. Mein Name ist Dennis Gerstl und ich möchte euch heute ein Unternehmen vorstellen, was ich glaube großes Potenzial in der Zukunft hat. Das Unternehmen heißt Selling Life Science. Das ist ein Bioprinting-Unternehmen und ist wirklich in dem Bereich, wo es tätig ist, einzigartig und eben Marktführer. Ist noch ein relativ junges Unternehmen, allerdings sehe ich hier ganz großes Potenzial für die Zukunft und glaube wirklich, dass man hier einiges an Kursgewinn mitnehmen kann, wenn man rechtzeitig einsteigt. Natürlich nicht vergessen, das ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Ich würde mich aber natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und natürlich nicht vergessen, die Glocke aktivieren und lasst mir doch auch ein Abo da, um mein YouTube-Projekt zu unterstützen. Jetzt springen wir aber direkt in die ersten Punkte und ich stelle euch vor, was das Unternehmen macht, wo es herkommt und wer die Gründer sind. So, schauen wir uns das jetzt mal direkt an. Also, das Unternehmen ist quasi ein Biokonvegenz-Startup. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist das denn für ein Wort? Das habe ich auch noch nie gehört. Ganz einfach. Das kann man sozusagen so deklarieren, dass man eben mithilfe von der Biologie bzw. versucht, die Natur zu kopieren. In dem Sinne quasi eine Zelle mit der gesamten Stoffwechsel herzustellen und so eben künstliches Leben zu schaffen. Und ja, sie sind auch im Bereich des Bioprintings ganz groß dabei. Also, genau das, was man auch denkt und sich quasi vorstellt. Also, das heißt beispielsweise, wenn man jetzt ein Ohr verliert, kann man mit solchen oder mit einigen, ich nenne es jetzt einfach mal Kopierern bzw. Druckern der Firma, kann man eben ein Ohr nachbilden und ja, eben mit kompletter Zellstruktur etc. Und ja, sie sind auch im Bereich des Life Science Forschung tätig und haben hier wirklich ja ganz Großes vor und versuchen sozusagen gegen den Krebs vorzugehen, hier weiterhin zu forschen und diesen irgendwann bekämpfen zu können. Des Weiteren sind sie natürlich auch in der Robotik tätig. Ja, das bleibt das eine, ergänzt sich ja mit dem anderen und forschen hier eben an einer künstlichen Intelligenz. Und das ist natürlich alles ein sehr Hightech-mäßiges und sehr, ja, ich sag mal schwer greifbares Thema. Zumindestens für mich. Ich finde es sehr interessant. Das klingt alles sehr futuristisch und eher so ein bisschen wie aus irgendeinem Film wie iRobot. Aber es ist wirklich, ja, mega spannend und die Zahlen sehen wirklich gut aus und ich glaube einfach, dass das wirklich das Unternehmen sein könnte, was uns in die Zukunft bringt. Ist wirklich verdammt interessant. Schaut es euch auf jeden Fall unbedingt mal an. Und ich glaube wirklich, dass hier ganz, ganz, ganz viel möglich ist. Sie sind auch der Marktführer in dem Bereich und das spricht ja, denke ich mal, für das Unternehmen, für sich. Deswegen glaube ich auch wirklich, dass es hier einfach ein ganz großer Punkt ist, wo man einsteigen kann. Und das ist wirklich sehr interessant. Natürlich stellen sie auch Implantate her, beziehungsweise ja, Zellen und ja, Implantate, die dann sozusagen über dieses oder mit diesen Printern, also quasi den Druckern der Firma hergestellt wurden. Und ja, sie sind, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, auch in der Krebsforschung tätig. Und auch hier, ja, gibt es sozusagen immer wieder neue kleine Meilensteine, die sie sich setzen. Und jetzt springen wir doch mal direkt in die Investoren. Ich finde es immer ganz interessant, sich das auch anzuschauen, welche Unternehmen auch investiert sind. Das ist nämlich auch immer so ein gewisses, ja, ich würde sagen, ein kleiner Indikator, wie, ja, publik, beziehungsweise wie aktuell und wie interessant diese Aktie auch sein kann. Und ja, da haben wir natürlich auf Platz 1 und 2 die beiden Gründer. Das ist einmal Eric Gatenholm und dann Martinez Avila Hector Daniel. Und ja, auf Platz 3 haben wir eine holländische Handelsbank. Und danach haben wir gleich schon wieder eine weitere Bank, die, ja, mit dabei ist. Und ganz unten haben wir nochmal die NRW Bank, die alle mit ein paar Prozenten, ja, Stocks halten. Und ja, ein großer Anteil mit 40,6 Prozent ist auf unterschiedlichste, ja, Shareholders aufgeteilt. Und ja, ganz kurz zu, ähm, zum Eric noch. Das ist quasi, ja, ein schwedisch-amerikanischer Unternehmer. Und er war quasi die Person, die, ja, die erste weltweite Vermarktung von universeller Biotinte, ja, gelungen ist. Und ja, er hat quasi mit Hector Daniel eben das Unternehmen in 2016 gegründet, mit dem Hintergedanken oder Hintergrund, ja, die Welt zu revolutionieren. Und eben mit ihrem Bio, mit ihrer Bioprinte oder Bioprinting generell, ja, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Betrachten wir nun die Kennzahlen des Unternehmens und wir betrachten jetzt als allererstes den Umsatz. Dieser ist in Millionen Euro ausgewiesen und konnte von 350.000 Euro Umsatz in 2016 bis hin zu 2020 zu 40 Millionen erhöht werden, was doch wirklich eine sehr beträchtliche Zahl ist. Der Gewinn allerdings dagegen sieht nicht ganz so gut aus. Da haben wir nämlich seit 2016 ein Minus gehabt und das ist sogar bis hin zu 4 Millionen Minus in 2020 angestiegen. Heißt das, dass das Unternehmen schlecht wirtschaftet? Schlecht ist? Nein. Das Unternehmen holt wirklich ein Award und einen, ja, Preis nach dem anderen ab für die ganzen Bioprinting-Unternehmen. Man darf hier eins nicht vergessen, das ist ein Unternehmen, was auch extrem viel forscht und eben sehr viel Geld in die Hand nimmt und, ja, an Forschungen bzw. an neuen Projekten arbeitet. Wie gesagt, habe ich es euch ja vorher schon gesagt, sie sind auch in der Branche, das, ja, der Life Science tätig, in der Krebsforschung. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld und da ist es ganz normal, dass ein so frisches Unternehmen auch, ja, die erste Zeit ein wenig Minus fährt und auch gegebenenfalls mal in 2020 etwas mehr. Das Unternehmen präsentiert bald seine Quartalszahlen für Q1 2021 und da können wir alle ganz gespannt sein, was da für Zahlen präsentiert werden. Die Eigenkapitalquote sehen wir auch, ist, ja, relativ solide geblieben von 2017 bis 2020. Da haben wir uns immer in einem Bereich von 86 bis hin zu 87 bzw. 95% aufgehalten. Das erste Jahr werte ich jetzt nicht mit rein. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man ein, ja, frisches Unternehmen startet. Da kann man auch nicht davon erwarten oder davon ausgehen, dass im ersten Jahr direkt die Zahlen wahnsinnig nach oben schießen, riesen Eigenkapitalquoten etc. vorhanden sind. Man muss ja erstmal schauen, wo es mit der Reise des Unternehmens hingeht. Ich glaube nicht, dass die sich so einen großen Erfolg wirklich, ja, angedacht hatten bzw. geglaubt haben, dass das Unternehmen innerhalb von vier Jahren wirklich zu so einem großen Unternehmen anwächst und da bin ich einfach, ja, auf jeden Fall finde ich das grundsolide, wie die Zahlen da eben aufgestellt sind. Zum Schluss, die Dividende in Millionen, wie ihr sehen könnt, gibt es hier keine Dividende, die gezahlt wird. Dementsprechend kann ich euch hier auch nichts aufzeigen. Ob sich das in der Zukunft ändern wird, muss man schauen, aber ich finde es jetzt auch nicht extrem relevant für dieses Unternehmen, weil ich einfach glaube, dass man hier wirklich in die Zukunft investiert und ich glaube, wenn ich, ja, ich finde das Unternehmen einfach klasse und die Zahlen finde ich auch sehr gut. Auch wenn jetzt hier viele natürlich sagen, der Gewinn in 2020, der ist minus 4 Millionen, oje, o nein, da steige ich nicht ein, finde ich etwas problematisch. Ich werde euch das gleich auch nochmal zeigen bei dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, der sieht nämlich auch relativ, wenn man es nur auf dem Papier sieht, katastrophal aus. Allerdings glaube ich einfach, ja, wenn ein Unternehmen so gut aufgestellt ist, wie dieses Unternehmen aufgestellt ist und was sie wirklich für Zahlen präsentieren, beziehungsweise was sie für, ja, Ideen haben und auch schon umgesetzt haben, glaube ich einfach, dass da mal auf diese Zahlen verzichtet werden kann. Schauen wir uns nun das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch an und da habe ich euch mal einen Ausdruck aus dem Internet rausgezogen und da könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht immer extrem aussagekräftig ist. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass umso höher der KGV, desto teurer bewertet ist deine Aktie und umso niedriger dieser ist, umso günstiger bewertet ist deine Aktie. Wenn wir uns das jetzt natürlich in diesem Beispiel anschauen, wäre 2019 die Aktie natürlich wahnsinnig teuer bewertet worden mit 3.991. Allerdings muss man das eben, wie gesagt, in einer Relation sehen zu dem Wachstum, eben den das Unternehmen aufgebracht hat und aufgezeigt hat. Dementsprechend würde ich hier nicht so viel drauf geben und glaube eben, dass es viel wichtiger ist zu sehen, was die Passion von dem Unternehmen ist, wer da investiert ist und was das Unternehmen an sich für eine Passion hat beziehungsweise was für eine Aufstellung von Themenbereichen und dementsprechend glaube ich einfach, dass eben hier Selling ein wirklich sehr spannendes Thema beziehungsweise Unternehmen ist. Zum Schluss betrachten wir jetzt noch den 10-Jahres-Graphen des Unternehmens und ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Wenn man sich das anschaut, sehen wir, dass das Unternehmen in 2020 an die Börse gegangen ist und bei einem sehr geringen Kurswert eingestiegen ist und wirklich eine wahnsinnige Performance hingelegt hat über die letzten Monate beziehungsweise auch Jahre. Also es gab wirklich einen stetigen Wachstum. Man kann wirklich sehen, die blaue Linie wurde nicht einmal mehr unterschritten und wir haben uns quasi immer über oder oberhalb von der 50-Tageslinie bewegt. Und ja, in den letzten Monaten hat das Unternehmen nochmal einen richtigen Schub gehabt und zwar ab, ja, quasi letzten Monat, 39. beziehungsweise 30. März. Da ist der Kurs dann nochmal richtig durch die Decke gegangen und von 35 Euro sogar auf 55 Euro geklettert. Jetzt ein wenig abgefallen, allerdings pendelt es sich momentan wieder so um die 48 bis 50 Euro ein. Ich glaube allerdings, dass hier noch deutlich mehr drin ist und dass wir hier bestimmt in den nächsten Jahren den dreistelligen Wert erreichen werden und glaube einfach, dass es wirklich ein sehr interessantes Thema ist. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was mitnehmen und ja, ich konnte euch das Unternehmen etwas näher bringen. Habt ihr es vielleicht gar selbst Interesse daran, etwas näher in die Forschung zu gehen, was die Zahlen angeht, was das Unternehmen anbetrifft. Mich würde es auf jeden Fall stark supporten, wenn ihr den Kanal abonniert. Denkt dran, das ist kostenlos und mich supportet es, aber auf jeden Fall abonniert, beziehungsweise aktiviert auch auf jeden Fall die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und natürlich zum Schluss gerne auch einen Kommentar schreiben, was ihr davon haltet und was ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, ich bin raus, euer Mr. DPG.